Ja, Dr. Dett Dental Vision hier. Also, mein Name ist Dr. Dett Dett Schulz, bin Zahnarzt in vierter Generation und mache nun 25 Jahre in Zähne, von morgens bis abends. Wie viele von euch können sich vorstellen, dass das irgendwie sehr einseitig ist? Ja, das ist es. Aber ich sitze auf der einen Seite des Stuhls und die auf der anderen Seite des Stuhls. Und insofern höre ich nun viele Jahre lang immer ähnliche Bemerkungen wie, hoffentlich bin ich bald wieder raus, so eine Füllung, muss das sein, was ist mit Prophylaxe? Also, Fragen über Fragen und die moderne Zahnmedizin ist von dem ziemlich weit entfernt, was die meisten von Ihnen in so einem Stuhl vielleicht von uns sogar erwarten. Und deswegen bin ich hier, um diese Brücke zu schlagen zwischen zwei Welten. Ich als Zahnarzt und die Menschen, die zum Zahnarzt kommen, stellvertretend, möchte ich mit meinem Projekt Dental Mission so im Prinzip mitnehmen, dass Sie in der Lage versetzt sind, bei Ihrem Zahnarzt mündig aufgeklärt und auf andere Level zu kommen. Also, ich fasse mal zusammen. Meine Mission ist, Zähne, gesunde Zähne, möglichst lebenslang. Dass das nicht immer geklappt hat, weiß jeder von Ihnen. Und dass man aus den Erfahrungen der Eltern und Großeltern, die manches erleben mussten, vielleicht doch lernt, das transformiert. Und dafür habe ich mir vorgenommen, ein E-Book zu machen. Ein E-Book und ein Videokurs zusammen gibt es bisher noch nicht in Deutschland, einmalig, weil die einen möchten was lesen, die anderen möchten es vielleicht doch sehen. Und für beide habe ich es jetzt zusammengefügt. Und von daher ist das ein Produkt, was ich glaube, Ende Mai auf den Markt kommen wird. Es wird gerade noch zusammengeschnitten und vorbereitet. Und es wird sehr gut verständlich werden, denn meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch mit meinen Emotionen zum Thema Zahnarzt, denn ich möchte ja auch den Menschen nicht wehtun. Und genau um das zu vermeiden, deswegen setzen wir sanfte Techniken ein und können sie mitnehmen in die moderne Welt der, wie soll man sagen, gesunden und auch angenehmen Gefühle in einer Zahnplatzpraxis und nicht diesem Angstgefühl, was es früher mal gab. Ich weiß, das ist ein starkes Projekt, das ist eine tolle Aufgabe, denn wir alle wissen, das Gefühl ist stärker als der Verstand. Und der nächste Termin ist für viele mit einem, naja, unguten Gefühl verbunden. Und genau das zu transformieren, also vom Zahn zum Selbstbewusstsein zu kommen, das ist meine Aufgabe. Ich danke, dass ihr dabei seid, dass ihr mitkommen möchtet auf diese Reise. Es wird einen Kompass geben, der Kompass gibt die Richtung. Alles Gute, bis dahin, euer Dr. Dett. 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 Dett.